Van der Vaart, dem in dieser Phase des Spiels fast alles gelingt und da taucht Sedan auf. Sinidin Sedan, der Ägypter aus Mainz, der Bremen gehört hatte und jetzt für Hamburg spielt. 2 zu 0, 54. Minute. Szene exemplarisch jetzt für die deutliche Überlegenheit des HSV. Hat viel Zeit, sich die Ecke auszusuchen.